Hi Leute, um was geht? Ich bin Chris und mit dabei ist Schombach! Oh, Motorrad ist das Thema, was wir fahren müssen. Schnell such dir jetzt ein Motorrad im Zip-O-Pay-Motorrad. Ach so, jetzt habe ich es gecheckt. Motorrad. Ach du heilige Scheiße. Keine Ahnung. Das müssen wir in irgendeiner Zeit schaffen. Motorrad baue ich einfach mal so hier. Steine, was benutzt man für ein Motorrad? Ein Motorrad ist... Ich baue ein kleines Motorrad, du. Ich baue ein kleines. Es wird sonst zu schwierig. Ich muss gucken, was ich benutze. Ich auch, aber ich baue lieber ein kleines. Ja ja, ich auch. Ich bin unter Zeitdruck. Musst du aber nicht, also... Ähm, ja, ich beginne erst mal so. Also so, dann... Du darfst dieses Item nicht verwenden! Scheiße. Was kannst du nicht verwenden? Da kommt der Lora. Ah, ich weiß warum. Warum sind so Fahrsachen, die kann man dann, glaube ich, nicht benutzen. Ich habe das ja schon mal gespielt. Aber es ist manchmal richtig schwierig. Es gibt oft sehr schwierige Sachen. Was ist das? Was hast du gemacht? Ah, macht das weg! Das ist... Guck mal, wie das aussieht! Oh nein! Oh nein! Verbleibende Zeit fünf Minuten? Das schaffen wir noch! Oh, hör auf! Das schaffen wir noch! Oh nein! Stein! Perfekt, perfekt! Hm... Drei Dallen! Wir wollen uns gegenseitig leiten. Man kann sich nicht selber leiten. Aber dann leitet man sich immer so. Warte. Shit. Ich brauche definitiv mehr Zeit. Ähm, wie egal. Kennst du irgendeinen schwarzen Block? Ja, ähm, schwarze Keramik. Ja, okay. Ich habe jetzt schwarze Wolle. Meins sieht scheiße aus. Mein Vater hat ein Motorrad und ich weiß nicht, wie ein Motorrad bauen soll. Äh, so ein Husqvarna-Ding. So. Sieht aus wie ein Auto. Der schreibt, Fahrrad geht schon auch. Fahrrad geht schon auch, schreibt er. Jemand hat die Runde verlassen schon gesehen. Hey, voll dumm. Mein Motorrad zieht auch scheiße aus. Meins auch! Da steht ja noch immer am Ende, welcher das gebaut hat. Und bei mir wirst du sehen, dass es noch schlechter war. Der ist jetzt dein wahrscheinlich. Äh, ich habe hier meinen Vater, der ein Motorrad hat. Aber, ach du meine Güte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in Minecraft nachbauen soll. Das sieht eher aus wie ein Auto. Wenn es ein Auto wäre, wäre es leicht. Mein Motorrad sieht echt grottenschlecht aus. Muss ich sagen. Wir haben noch zwei Minuten. Ja, was nehmen wir jetzt? Speziale Blöcke. Plot. Partikel. Partikel. Wie? Wie? Wie kann man das machen? Partikel. Wenn man auf dieses ganz rechte klickt. Schneesturm. Verzaunung. Ganz rechte? Lava Truppen. Warte. Wo denn? Sterne. Feuer. Partikel. Herzen. Schleimspuren. Blasen. Ich mache jetzt Feuer. Dann kann ich. Hinten. Das sieht cool aus. Das ist noch ein paar. Kann man auch Rauch? So. Kann man da auch Rauch nehmen? Frage ich mich. Partikel. Wo war das? Partikel. Die Noten. Schneesturm. Wie heißen die halben Blöcke? Wolken. Die halben Blöcke. Welche halben Blöcke? Stufen. Ja, Ron, kannst du mir sagen, wie das geht? Mit den Partikeln? Du musst da raufklicken. Da rechts. Dann rechtsklick. Und dann hier auf Partikel. Dann kannst du dir aussuchen. Ich würde, also ich selber, ich selber würde Feuer und, ähm, und, und Wolken nehmen. Wolken sind nämlich so, Rauch, sieht aus wie Rauch. Wie kann ich das jetzt wählen? Also du musst einfach raufklicken, dann kriegst du das im Inventar. 30 Sekunden noch. Im Inventar hast du das. Und jetzt schnell durch ein anderes ersetzen. Mal gucken, ob ich noch mehr... Gewitterwolken. Deine Gewitterwolken. Probier's mal. Oh, das ist sowas. Nein. Okay, ich bin fertig. Nein, ich bin fertig. Guck, jetzt ist's klar. Wie das ist. Ist das dein? Das ist meins. Okay, ich mach einfach. Warte. Ich bin fertig. Ich mach legendär für deins. Du kannst deins nicht machen. Du kannst bei dir nicht machen. Aber, wieso schießt das, heißt es. Steht da, hat er eine. Das war deins. Ich hab dir ein legendär ge... Okay. Was war das? Oh. Das muss ich sagen, ist schlecht, oder? Du kannst da einmal auswählen. Okay, schlecht. Ich nehm schlecht. Und du? Schlecht, ja. Du kannst auch grottenschlecht nehmen. Aber ich hab schlecht genommen. Ähm, für deins hab ich legendär genommen. Für das nehm ich, äh... Das sieht neuse aus eigentlich. Joa, ich nehm okay, oder? Ich nehm gut. Ja. Ähm... Mika187 hat das gemacht. Was war... Oh. Was ist das? Okay. Okay, dann nehm ich... Grauen vor. Meins, bei mir wirst du wahrscheinlich auch Grauen vornehmen. Ich hab bei dir einfach legendär begonnen, weil du halt einfach mein Freund bist. Ja. Der heißt Lachso. Sagst du mir, wann deins kommt? Das ist nicht meins. Ähm, Motor... Oh, das muss ich sagen... Ich find's gut. Gut. Ich nehm super. Ich nehm gut. So perfekt ist es nun auch nicht. Aber so groß zu bauen ist schon wahrscheinlich einfacher. Da bist du, da bist du, da bist du. Hallo. Ja. Das hab ich nicht gebaut. Was ist das denn? Schlecht. Grauen voll. Guck mal, was das ist. Mach grauen voll. Ich hab schon schlecht gemacht. Ja, okay. Dann nehm ich grauen voll. Okay, wo bist du? Da. Da bist du. Da. Da, 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 da. Was geht? Wem ist das? Das hab ich auch nicht weiter. Ein Fahrrad. Grottenschlecht. Das passt her. Also, der einer... Der Grauen voll. Ich schreib HH. Also, ich hab das gewählt, weil der einer... Das ist ein Fahrrad. Ja, weißt du? Jemand hat nämlich geschrieben, Fahrräder gehen auch. Und ich glaub, das ist der. Ist das sein? Ne, das nicht. Meins kommt, glaub ich, gleich. Was... Doch, das ist meins. Das ist grauen voll, oder? Ich nehm, das ist ein Legendär. Aber ich find das schlecht. Schon mal. Ich find das schlecht. Guck mal, die Partikel. Ja, ich hab's gemacht. Einen. 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 Ja, das kann ich auch beschrieben, oder? Ist schon gut. Ja. Okay, dann machen wir die nächste Runde. Okay. Der Server startet gleich neu. Wo bist du denn da? Das war's mit dem Video. Ne, lass mal. Lass es noch laufen. Eigenschaft. Mal, wo?